hallo leute ich begrüße euch es geht weiter in unseren neuen dynastie jetzt habe ich leider vergessen wo ich stehen geblieben denn aber nicht so schlimm so ist keiner mehr ja genau ich glaube ich wollte zum boden über sind ja weil wir ja ein bisschen zeitdruck haben weil wir ja hier für die erweiterung steine brauchen müssen wir sehen dass wir schnell weiter kommen zur nächsten insel so das schafft er ja wohl noch an diesem tag ich werde mir noch zwei weitere handwerker bauen dann haben wir sechs geht die sonne schon wieder unter da habe ich mich wohl ein bisschen übernommen war oder muss ich nichts mehr darauf achten wo die sonne steht ach die jungs sind wenn das jetzt gut geht wenn das mal kein fehler war kommt bei allen jungs ach so das waren jäger ok da kommt gleich gut wir haben noch mal glück gehabt aber hier kommt das macht er noch schnell fertig hier den wall jetzt habe ich ein problem ich bin gerade überlegen weil hier wollen wir was bauen gleich dann gehe ich morgen da zwei leute oder ich weiß nicht wie viele gespawnt sind dann lassen wir die büden erstmal auslaufen oder nehmen und ich sehe es ja gerade hier da haben wir glück dann bauen wir uns hier schon mal vier sensen auch kaum leute so ran an die sense los ist hier noch gut so heißt der erste sensen man tag acht ok so hier ran an die bole und dann geht es auch direkt hier weiter ich will die ein bisschen näher an das schiff bringen weil sonst haben die zu weiten wege zu laufen die handwerker zu dem boot und ich will nicht dass die überrannt werden von den abgierigen ich weiß nicht war links setzt auch noch ein lager da gehen wir dann mal am nächsten tag mal gucken aha hier seht ihr da geht er jetzt zu den hof ja sehen wir gleich noch mal wenn ich da wieder kommen ich will jetzt noch mal gucken ob da noch einer gespawnt ist ah ja der händler genau abfahrt ist hier nur einer hallo ja gut dann muss man den zweiten fährt muss dann am nächsten tag noch mal gucken wie weit es wirklich noch weg ist naja hier seht ihr da ist eine mühle und die bauen da jetzt felder an und generieren dadurch geld hier könnten wir das nächste bauen schön zusammen die mama jawohl die sind jetzt noch da kommen noch ein bisschen kümmer noch mal die drei mal vier hau gut nichts questa presentations so weiter die Köder 3 wenn das mein wahrenleben so gerne schmeißen sie dir einfach geld vor die füße am nächsten tag gehen wir mal nach links gucken ob da auch noch ein lager ist ich habe es vergessen und auch mal um zu schauen noch mal wie weit das schiff weg ist ich und die uhr ich sag jetzt die 20 das müssen wir halt auf die welle warten da kommen sie die habt gierigen es werden mehr es werden mehr ich komme weg da danke dann guckt euch das an die handwerker müssen den ganzen weg laufen da ist noch ein lager wunderbar dann haben wir schon mal zwei handwerker mehr oder noch was hier ist das boot da ist ein ganz schönes eck da müssen wir echt gas geben gucken ob hier noch was war ich weiß es nicht mehr da ist jetzt wieder hatte ja war hier ne da war nichts mehr ok rüber das hier wird wahrscheinlich der greif sein oder so was also hier das symbol oben rechts auf der insel ja 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 jetzt hier ist wirklich ein eck ein darmhirsch das ist wirklich stück jungs schafft jeder oder warte mal wo könnte ich denn jetzt als nächstes bauen ja ich muss halt näher ran dann baue ich hier morgen eine mauer hin da seht ihr noch schön geld so zwei sensen haben wir doch noch gut dann haben wir die auch fertig ich glaube es sind vier die wir arbeiten können auf dem bauernhof wie mehr habt ihr nicht okay und wir müssen morgen los schicken ich erst mal mein geld ab dahinten und da kommen sie angerannt da ist jetzt doof dass ich so weit zurücklaufen muss um den hier loszuschicken weil das ist jetzt eine sichere geldeinnahmequelle hier der bauernhof eigentlich auch tag 10 uhr tag x und da sieht man da baut haben feldern ja auch wir kommen schneller wo wollte ich bauen hier ja ich will halt dass die handwerker nicht so weit laufen müssen aber nicht übertreiben hier warte mal dann kann ich ja nochmal die sind ja jetzt hier das geht ja dann doch relativ schnell ich kann ja alles weg machen und das schon mal gut so hier kann ich den turm bauen aber keine wand kann ich die nächste wand bauen hier ich sehe keinen erdhaufen ach du lieber schreck habe ich nicht gesehen okay hier hier können wir noch wirst du mal leute reingehauen und fertig machen wie viel geld habe ich so das bringe ich jetzt mal hinweg das geld da könnten wir noch einen bauernhof bauen reicht uns aber erstmal so über nacht könnt ihr hier auch bauen weil damit die sich immer zurückziehen können falls die durchbrechen die habgierigen genauso wie hier reingehauen und nicht so viel sonst verlieren wir geld und nicht so viel auch so so auch nichts schmeißt du mir hat geld dahin ja nützt ja nix oder schmeiße ich dahinter haben wir ja so der buchhalter da ist noch einer moment und ab zum boot oder ich mache es jetzt habe ich die ganze kohle wieder aufgesammelt jetzt hat er dann eingesammelt gibt mir das geld wieder naja der zahl dass da ein habe ich auch lange gebraucht ich muss jetzt am nächsten tag darüber aber wir können noch ein bisschen abholzen denke ich das kriegen wir ja wohl noch hin ihr arbeitet auch schon fleißig da stehen sie die handwerker ja kommt ein bisschen machen wir noch damit die jagen geht mir doch nicht so viel geld ist hier noch ein erdhaufen ich sehe keine erdhaufen so wieviel dinge braucht denn hier überhaupt wie viel geld zehn ok haben wir locker dann brauche ich hier noch ein turm hin ach guck mal wir haben gerade mal mittag erst kommen leute weitermachen das ist gut dann haben wir doch guck mal da ist einer gespawnt oder ich habe den wieder nicht gesehen so abend immer hier ist noch mehr rauchen und wir machen wir noch schnell fertig dann ist es ja doch nicht so weit so dann brauche ich aber auch hier ein turm gleich noch hin am nächsten tag kommt leute ein bisschen zeit habt ihr noch jetzt habe ich die nase hochgezogen tschuldigung so ein team lasse ich dann morgen da den turm bauen und den die anderen können dann schon mal zum schiff gerade war 27 und jetzt ist 39 so die machen lager lassen wir erst mal noch so und ran an die bullänen jetzt heißt es warten aber da sind ja schon zwei er kann sich dann nicht entscheiden da rechts so werden schiffe gebaut ganz einfach so da dauert aber doch ganz schön lange obwohl da jetzt 123 teams quasi daran arbeiten habe ich nur fünf oder ist hier sind jetzt zwei hinter drei vier fünf zähle ich aufhielt uns so dann machen wir morgen weiter ist hier noch ein handwerker unter uns da kommt natürlich der neuen jungs da sind noch 21 23 23 an die dat sind die achten doch ziemlich schnell okay 12345 rennt er nicht habe ich keine bögen mehr ja schau doch ich kann die bauern sehr fleißig erinn auch nicht hier auf die seite junge geh weiter das will kannst du mich wieder gegen ach jetzt da so aber hier schon eine richtig kleine armee habe ihn schon wieder nicht losgeschickt machen wir am nächsten tag und dann muss ich leider auch schon schluss machen denn ich weiß nicht wie ich vorgespielt habe so vollgemacht ja ach da machen wir auch schon steine für den palast ok da kommen der tag so alles klar leute ich denke mal beim nächsten mal sind wir auf der zweiten insel und da müssen wir wirklich gas geben ja dann würde ich sagen sehen wir uns dann morgen geht es weiter bis dahin Hau rein. Tüdelü.